Moin mal Leute, ich bin Lelikofsbrain oder euer Fotojadik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Super Mario Bros. Wonder. Wir sind weiterhin auf der Suche, die Special World abzuschließen und das soll heute unser Ziel sein in diesem Part. Und dafür gibt es noch drei Level, die wir abschließen müssen und natürlich das große Finale. Aber das machen wir heute in diesem Part. Der erste Exit, den wir noch erreichen müssen, ist bei der Königsamenvilla. Ich war tatsächlich schon hier, bin aber nicht reingegangen, weil ich mir dachte, hier wird es doch jetzt nicht irgendwie was Besonderes geben. Aber. Oh, du bist zurück? Das hatte ich nicht erwartet. Wünschst du dich noch schwierigeren Prüfungen zu stellen? Ja, so soll es sein. Ich werde dir eine Geheimfahrt am Wasserfall öffnen. Viel Vergnügen. Fump. Und weg ist er. Und weg ist er. Also geht es direkt weiter zu einem weiteren Spezial-Welt-Level. Von den Güldenfällen aus geht es hinauf. Und dann haben wir noch das von der Fungi-Mine. Und was vergesse ich denn noch? Ein weiteres noch, was wir noch nicht gemacht haben. Wasserfall-Spezial. Vorsicht, Steinschlag. Schwierigkeit 5. Wenn ich da die Lakitus schon sehe, will ich doch einfach nur heulen. Warum denn Lakitus? Wirklich, Lakitus sind für mich die schlimmsten Gegner. Ach du meine Güte. Perfekt. Danke. Okay, da ist eine Wunderblume. Und da oben ist nichts. Dann rein in die Wunderblume, würde ich sagen. Au-ua. Da ist noch die 10er-Coin. Was ist das hier für ein Pinball? Okay, da oben ist die nächste 10er-Coin. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass wir keinen Power-Upgrad mehr haben. Und ich tatsächlich pure Angst. Die habe ich. Das kann ich euch sagen. Das war zu schnell. Es war einfach zu schnell. Mist. Bitte töte mich nicht. Gott, mein Arsch. Hab da rein. Aber das bedeutet schon mal, wir haben den Löwenanteil geschafft. Und das bedeutet so viel wie, wir haben jetzt alle 10er-Coins. Und das ist natürlich eine wundersame Erscheinung für uns. Ja, gerne da hinten hinschmeißen. Nicht hier oben drauf. Nee, hier. Hier. Bitte. Hier. Ey, das macht ihr doch extra. Das macht ihr doch einfach extra gerade. Jungs. Verrießt ihr mit euch? Hallo. Gut, dass wir kein Zeitlimit haben. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt aber. Und Tschüss. Oh, ich liebe diese 2D-Thematik hier drin. Ich finde, die haben die so gut gemacht. Absolut großartig. Das war nicht so großartig. So. Unsere PB. Weiter als hier waren wir noch nicht. Wie knapp ich an dem Ding vorbeigegangen bin. Jaha. Schön. Und ein weiteres Level der Spezialwelt abgeschlossen. Ich muss zugeben bisher, die Level haben eine Schwierigkeit, die mir sehr gefällt. Weil die Level sind knifflig, aber jetzt nicht so Kaizo-Brocken, die einen komplett aus dem Leben schallern. Ja, da bin ich übrigens. Das tat weh. Der Stachelball im Arsch. Okay. Freunde, 2 normale Spezialweltlevel noch, bis wir dann hier zum Finale kommen. Und dafür gehen wir nochmal einmal hinüber in Welt Nummer 5. Die Fungi-Minen. Und zwar ganz nach unten, soweit ich weiß. Ist das korrekt? Es ist korrekt. Wir müssen nämlich tatsächlich noch einmal zu Poplins in Not und ihr erinnert euch eventuell. In dem Part selbst. Habe ich sogar gesagt. Moment mal. Da hinten geht es doch noch weiter. Und ich glaube, genau das müssen wir, also genau das machen wir jetzt. Wir gehen hier nochmal rein und dann räumen die den Weg hinter sich eventuell auf. Zumindest habe ich jetzt die Hoffnung, dass sie das tun, weil sonst wüsste ich nicht so wirklich, wie wir da irgendwie an einen Weg kommen. Weil einen Königsamen können sie uns jetzt ja nicht mehr geben. Na? Moin. Ja, da rechts will ich lang. Ah. Prima, endlich können wir hier raus. Ja, das hier ist trotzdem eine ziemlich gute Mine, also kommen wir manchmal doch wieder zurück. Ihr macht ja wohl Witze. Habt ihr denn überhaupt nichts gelernt? Wie oft muss ich euch noch sagen, wie gefährlich es hier ist. Zeit nach Hause zu gehen und zwar sofort. Tschüssi. Ihnen gefällt die Arbeit in der Mine wohl sehr gut, aber allmählich wird es albern. Ja, die muss man einfach immer retten. Mann, oh Mann. Aber damit haben wir hier jetzt nämlich auch die Spezialwelt freigeschaltet. Also ab nach oben ins nächste Level. Düm, 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 düm. Das sieht sehr guig aus. Fungi Spezial. Donut Abgrund. Die Dinger, die so runterfallen. Oh, oh, oh. Oh, weia. Ich habe Angst. Am meisten habe ich eigentlich immer Angst, die ganzen Zehner-Dinger immer in sind zu finden. Wie die Blume auch einfach nur sagt, ja. Ja, sehe ich auch so. Ja, moin. Traumhaft. Sag nicht, man muss gleich irgendwie so damit spielen, dass man Sachen zeitgleich oder so nacheinander runterschmeißt. Den haben wir auf jeden Fall perfekt oben gelassen. Das lief ziemlich gut. Okay. Danke. Okay. Wunderblume. Was geht jetzt ab? Wir haben die Zehner-Coins. Ich dachte, man springt irgendwie auf die. Sonst wäre ich den natürlich ausgewichen. Ist das eng. Scheiße. Wo war das knapp? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Warum? Gott, war ich da knapp dran. Oh, Gott. Das vorletzte Spezial-Welt-Level. Ich kann das noch nicht ganz fassen, wie schnell wir hier gerade durch die Spezial-Welt rasen. Also zum Beispiel in New Super Mario Bros U Deluxe gab es ja auch diesen Sternen. Das waren auch nicht endlos viele Level. Aber trotzdem kommt es mir so vor, dass wir da gerade ziemlich gut durchkommen. Also ich bin sehr stolz auf uns. So viel kann ich schon mal sagen. Okay. Auf uns sage ich übrigens, ihr macht das super zuzugucken. Ich mache es halt gut zu spielen, ne? Sind wir ehrlich. So, was fehlt uns hier jetzt noch? Der, der da unten ist. Was ist das? Welche... Von welcher Welt sind wir noch nicht hochgekommen? Gibt es bei den Blöteninseln einen? Ne, es gibt sechs Welten. Also es wird sechs Eingänge geben. Von der wolkenlosen Wüste sind wir von den Güldenfällen... Sind wir vom Wölkchen-Gebirge reingegangen? Irgendwas sagt mir, dass wir das noch nicht gemacht haben. Weiß ich nicht. Wie kommt man denn da ganz oben hin? Da. Und wenn das von hier ist... Wo ist hier die Spezialwelt? Weil das sind ja die Blüteninseln. Hier ist ein Palast? Oh, vielleicht gibt es hier tatsächlich... Doch noch ein Secret, was wir nicht geholt haben? Oder ist das das, was wir noch nicht eingesetzt haben? Schauen wir mal. Doch, das haben wir gemacht. Welches ist das denn da unten? Oh, ist das aufgeteilt nach den Leveln? Hier ist drei. Das heißt, hier war vier, oder? Ja, Wüsten. Hier ist fünf. Oder ist das doch das Magma-Ding? Aber habe ich nicht das Magma-Ding instant am Anfang gemacht? Oder habe ich gesagt, dass ich das nicht... Hier ist Magma. Moment mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es gibt ein siebtes. Das heißt, das muss eine Spezialwelt sein. Ihr seht, Freunde, ich habe mich extra jetzt vorher nicht irgendwie damit auseinandergesetzt. Weil ich das hier mit euch zusammen direkt machen wollte. Entweder die Spezialwelt kommt von Bowser aus. Was ich eher weniger glaube. Oder halt irgendwo von den Blüteninseln. Aber frag mich nicht, wo. Das ist vielleicht tatsächlich eine Kleinigkeit, die ich gerade angucken würde. Was ist das hier? Goldener Münzregen. Ja, können wir eigentlich nochmal mitnehmen. Ich meine, wenn der schon auftaucht und uns so entgegengeworfen wird. Warum nicht? Warum nicht? Hör mal. Also. Party Schmati. Schön ein paar Blumenmünzen einsammeln. Und auch ein paar One-Ups. Eins, zwei. Eins, zwei. Toll. So klappt es für mich. So klappt es besonders. Ähm. All Special World Entrances. Wir brauchen ja, denke ich, noch einen. Ah, okay. Is the most obvious one. Man ist anscheinend an dem vorbeigelaufen. Aber ich bin einfach nur... Ich habe es gar nicht mehr im Kopf gehabt. Hier. Der ist auf jeden Fall aufgeploppt. Ich erinnere mich da jetzt auch dran, wenn ich den so sehe. Aber, äh, ja. Ne? Gut. Blüteninseln Spezial. Die Gumba-Turnstunde. Oh, Weier. Gumba-Turnstunde? Okay, ich weiß, warum Gumba-Turnstunde und es gefällt mir überhaupt nicht. Oder werde ich jetzt ein Gumba? Okay, das ist absolut geil. Hat auch fast so ein bisschen so ein Feeling, weil man kann ja nur so ein ganz bisschen springen. Mal wieder von Captain Toad. Freunde, ich glaube wirklich, zur Überbrückung zu Super Mario, äh, RPG, äh, RPG-Remake, müssen wir nochmal ein Replay machen von Captain Toad. Und ich habe es ja nie ganz durchgespielt und ich erinnere mich gar nicht mehr ans Spiel. Ich muss da, glaube ich, nochmal alles von vorne komplett zocken. Ich habe es zwar schon vor fünf Jahren gemacht, aber ich muss das einfach nochmal replayen. Und dann haben wir noch ein bisschen Nintendo-Content hier auf dem Kanal, bevor der nächste Knüller kommt. Das ist gerade super süß, Freunde. Wirklich, ich spiele, ich fühle mich, als ob ich gerade ein anderes Mario spiele. So fühlt sich das hier gerade an. Es ist absolut knuffig, süß, macht Laune. Gott, wie toll. Schon wieder kreativ wie Bolle. Wie kann man so knapp vorm Ende so reinscheißen, frage ich euch. Das war ein bisschen peinlich. Das war ein bisschen peinlich. Aber der Ball da am Ende ist auch echt ganz schön knapp, möchte ich sagen. Aber ist ja auch Schwierigkeit 5, ne? Man soll ja hier auch ein bisschen was geboten bekommen. Aber jetzt müssen wir wenigstens die 10er-Coins gar nicht mehr einsammeln. Obwohl die 10er-Coins in dem Level hier zu sammeln, echt klar ging. Das war, das war chillig. Können jetzt hier nochmal ein paar lila Coins sammeln. Die Blumenmünzen. An der Stelle übrigens, falls ihr da zu schnell runterfällt bei den Donut-Dingern. Man kann auch einfach die ganze Zeit hochspringen. Dann geht das Ding nicht runter. Kleiner Lifehack. Hier. Dann ist das alles ein bisschen einfacher. Oder was ist hier das Pattern? Direkt nach dem Los, oder? Oder? Ich glaube wirklich, das war mit das Schwierigste. Ich nehme alles zurück. Es gibt noch eine 10er-Coin. Ich dachte, ich hatte alle. Ciao. Oh nein. Aber ey, wir haben alle 10er-Coins eingesammelt. So klappt es für mich. So klappt es. Ab nach unten. Boing. Ich sage ja auch immer, alle guten Dinge sind 3. Das sagt übrigens jeder, der einfach 3 mal verkackt hat. Niemand sagt, alle guten Dinge sind 3, weil er gerne, weiß ich nicht, 3 mal das gleiche macht. Was, was ist ein Quatsch? Aller guten Dinge sind 3. Woher kommt das Sprichwort? Hey Siri, woher kommt das Sprichwort, aller guten Dinge sind 3? Diese Redensart kommt wahrscheinlich aus dem Mittelalter. Als 3 mal im Jahr eine Ratsversammlung war. Aha. Anstatt, dass Siri mir da auch irgendwie eine Zusammenfassung gibt oder so? Nee. Hey, guck mal, ich habe das im Internet gefunden. Lese es selber durch. Kein Wunder, dass Chachi-Pitty cooler ist als du. Siri, du Tröte. Ab dafür. Ja, danke Gumba. Ich weiß, da unten ist eine 10er-Coin. Brauche ich gerade nicht mehr. Aber herzlichen Dank. Hier habe ich wirklich noch ein bisschen Angst vor, weil vor dem Ball hier, ich komme hier nicht ganz klar mit. Das ist echt knapp. Ja, okay, jetzt ging es irgendwie doch ganz gut. So, wir warten erst auf ihn. Gehen ganz entspannt rüber. Ja, wir warten noch mal eine Runde ab. Boom. And we did it. Schön. Es ist Zeit, sich vorzubereiten auf das Finale, auf das letzte, letzte Level der Spezialwelt. Das schwerste Level, was sie, denke ich, eingebaut haben werden. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie es schwer gemacht haben, dadurch, dass es einfach elendig lang gehen wird. Ohne Checkpoints. Das fände ich schade. Ich hoffe, das passiert nicht. Wir geben noch mal ein bisschen Geld aus. Weil ich habe Sorge, dass wir gleich vielleicht Blumenmünzen kriegen. Und ich will nicht, dass sie für die Katz sind. Also machen wir Luigi voll. Luigi. Pose. Schick. Okay. Luigi. Elefant. Okay. Luigi. Schwimmend. Die sehen auch so witzig aus, die Posen. Luigi. Bohrer. Damn. Kriegen wir schon unseren ersten Glitzer? Hüpfer, Luigi. Und ich mag es auch einfach, bevor ich jetzt mich in so ein schweres Level stürze, nochmal kurz die Gamba-Maschine zu rotieren. Das ist auch einfach toll. Das ist auch einfach toll. Gumba, Luigi. Komm schon. Luigi ist gleich full. Stachelkugel, Luigi. Seifenblasen, Luigi. Den letzten würde ich auch gerne noch kaufen. Ballon, Luigi. Schön. Danke für deinen Besuch. Okay. Schaffst du es? Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Alright. Lehnt euch zurück, Freunde. Wir gehen ins schwerste Level. Das ist sogar ein Castle. Ist das nochmal ein Fight? Was wird das hier? Final-Test. Ewiges Wunder. Ewiges Wunder? Okay. Man kann ja auch Zehner-Coins sammeln. Ja, moin. Okay. Und das wird jetzt wahrscheinlich uns einfach alles abverlangen, was es gibt. Also, wir sind so schnell hochgeschmissen worden, wie noch nie in meinem Leben. Vielleicht ist es hier nicht so verkehrt, denen das Abzeichen einzustellen, dass man nicht instant drauf geht, wenn man Lava berührt. Warum machst du, warum glitzerst du? Habe ich das gerade langsamer gemacht durch? Ich weiß nicht, ob ich das gerade war. Oder ob das einfach das Level ist, was irre wird. Ich wurde gerade fast platt getrampelt. Die erste Zehner-Coin ist uns holt, Freunde. Was geht hier ab? Okay, wir werden gejagt. Shit. Warum nicht einfach abwarten, Yannick? Warum nicht einfach mal ein bisschen chillen, Bro? Okay, aber, ihr habt es ja, glaube ich, auch gesehen. Bis dahin gab es schon mal kein Checkpoint. Und ich glaube, in keiner Spezialwelt gab es ein Checkpoint. Und es düngt mir, dass wir hier auch keinen bekommen werden. Ist man hier sicher? Okay. Okay, mein Freund. Okay. Kann ich bitte aufhören, immer nur das beschissenste Power abzukriegen? Schlimmer wäre, wenn ich eine Münze kriegen würde. Mann. Okay, der Anfang ist auf jeden Fall schon ziemlich knüppelhart. Oh, ich habe gerade herausgefunden, warum es schlau ist, den zu töten. Weil sonst ballert der einem einfach Dinger zurück. Okay. Wenn ich doch einmal einen Pilz kriege, dann beiße ich mir in den Arsch. Das wird hier auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen dauern. Ich glaube, wir haben noch nicht mal ansatzweise was vom Level gesehen. Und ich glaube, wir sind gerade sogar eher noch im einfachen Part hiervon. Stirb doch einfach. Ich bin sogar auf den draufgesprungen. Der hat ja danach den Sprung auch gezählt. Der Frechdachs. Boah, dieses Speed Up, Speed Down ist auch echt krank. Wollte ich jetzt sagen. Den hatten wir doch eben auch gefunden. Ich bin einfach nur schlecht. So, die lassen wir schon mal hinten. Damit wir hier mehr Zeit haben zum Chillen. Silhouetten. Aber Silhouetten ohne Zeitdruck, muss man dazu sagen. Und wir müssen hier unten hin für die 10er-Coin. Haben wir. Steine, die sich bewegen. Einfach nur im Blick behalten, wie sich hier die Form bewegen. Komplett in den Concentration-Modus. Ähm. Wie? Das Schiff kommt zurück. Das Schiff kommt zurück. Autoscroller, oder? 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 Wohin? Wir haben das Wunder. Und wir haben alle 10er-Coins. Der wievielte Try war das? Der vierte, fünfte? Oh mein Gott. Wir haben am Ende alle diese neuen Dinge das erste Mal gesehen und direkt geschafft. Das war der finale Test, Freunde. Das ewige Wunder. Uff, das war ja unglaublich. Wir sind so weit gereist und haben es so weit gebracht. Aber das hier, das war ein ganz spezielles Erlebnis. Ich bin ja so froh, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Meine Damen und Herren, das war die Spezialwelt. Und in der Spezialwelt haben wir überall schon einen Haken, den Flag-Post, alle Wundersamen und alle 10er-Coins. Damit ist die Spezialwelt zu 100% abgeschlossen. Das Schwierigste, was das Spiel zu bieten hat, haben wir hiermit vollständig abgeschlossen. Alles, was jetzt noch auf uns wartet, ist Kleinigkeiten. Alle Aufsteller einsammeln, alle Aufsteller kaufen, wie auch immer. Alle Wundersamen sammeln in den einzelnen Welten. Und natürlich überall den Flag-Post zu holen und auch die 10er-Coins alle zu holen. Und das ist das, was jetzt noch aussteht, um dieses Spiel komplett zu 100% zu kompletieren. Und ich glaube, die 10er-Coins zu sammeln und die Flag-Post zu holen, ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste der Welt. Ich würde euch sehr gerne zeigen, was passiert, wenn man das eingesammelt hat. Also ich werde ein Auge drauf haben, wenn irgendetwas geschieht, dass ich schnell in den Homescreen gehe, um dann die Aufnahme starten zu können und daraus nochmal ein einzelnes Video zu machen, um das quasi festzuhalten. Aber jetzt nochmal in die alten Welten zu gehen, die ihr eh schon gesehen habt, nur um eine 10er-Coin zu holen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend und ich möchte das jetzt auch nicht zusammenschneiden, wo ich jetzt alle 10er-Coins umso sammle. Weil ich glaube, wie gesagt, ist einfach nicht so ein interessantes Video, meiner Meinung nach. Ich werde auf jeden Fall meine ganzen Münzen ausgeben, um hier auch die ganzen Aussteller zu kaufen. Die werden auf jeden Fall momentan nämlich noch nicht ausreichen, weil das sind ja doch einige, die wir hier kaufen können. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einmal in die Welten gucken, dann sehen wir, dass wir die Spezialwelt komplett abgeschlossen haben. Dass wir das Wölkchengebirge komplett abgeschlossen haben. Die Güldenfälle, die Wolkenlose Wüste, die Fungimine, die Magmatiefen und auch die Blüteninseln. Und nur in der Röhrenfelsenwiese fehlt uns noch etwas. Und wenn wir jetzt mal einmal hinschauen, dann sehen wir, dass uns offensichtlicherweise nichts mehr fehlt. Aber das da sieht aus, als ob es rechts noch ein geheimes Level gibt. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil obwohl da ist auch kein Haken mehr. Irgendwo Also es gab noch einen Haken, den man holen kann in dem zweiten Level. Und das ist ja mit das allererste Level, was man mitnimmt. Hier zum Beispiel fehlt uns auch noch die 10er Coin. Aber ich glaube nicht, dass es da ein geheimes Level geben wird als Ausgang. Obwohl uns da auch der Haken halt fehlt, ne? Wir können aber noch einmal in die Piranha-Pflanzenparade gehen. Hier schön zum krönenden Abschluss. Denn bei den Pflanzenpiranhas hier, bei der Parade, da haben wir noch keinen Haken. Und diesen Haken haben wir nicht aus einem speziellen Grund. Und das würde ich gerne nachholen. Dafür dürfen wir auch tatsächlich, ihr könnt euch freuen, dürfen wir noch einmal die Wunderblume von diesem Level hier hören. Denn wir müssen tatsächlich einmal noch einmal die Wunderblume hier aktivieren. Aber wir sind schon dran vorbeigelaufen. Obwohl da dann auch die Frage ist, muss ich das wirklich aktivieren? Ja, doch, ich glaube schon. Ja gut, das führt uns... Ne, wir sind noch nicht dran vorbeigelaufen. Hier ist es nämlich. So, wir nehmen das jetzt mal mit. Weil ich glaube, wie gesagt, dass man das auch aktivieren musste. Soweit ich weiß. Was halt sonst alternativ noch möglich ist, ist, ähm... Ich kann gleich mal gucken, ob es halt ein Secret Exit oder irgendwie was Spezielles noch gibt. Weil uns fehlt ja hier irgendwelche Wundersamen fehlen uns ja anscheinend noch. Also entweder ist es ein dritter Wundersamen, den man irgendwo findet. Oder? I don't know. Aua. Der war dreist. Mir sind noch nie die Bäume im Hintergrund aufgefallen. Sind die süß. So. Aber ich glaube, man muss tatsächlich... Ja. Man muss den einsammeln. So. Und irgendwo hier. In der Nähe. Gab es jetzt noch eine Möglichkeit. Aber warum leuchtet das hier oben auf? Muss ich da oben rein? Laut dem ja nicht. Es wirkt so. Weil ich will jetzt natürlich nicht wieder dran vorbeilaufen. Da ist das Ende. Soweit ich weiß, geht es um eine Dreierröhre. Das wurde, glaube ich, gesagt. Ja, hier oben kannst du auch... Moment. Kann man da oben drauf? Und damit kommt man nämlich noch einmal in den Vordergrund. Und im Vordergrund... Kommt man am Level vorbei zu einer neuen Röhre. Und diese Röhre, Obacht, führt uns zu einem weiteren Ende. Kriegen wir... Gibt uns das jetzt ein Wundersamen noch einen weiteren? Weil dann ist das der letzte, der gefehlt hat. Und wir haben alle Wundersamen in allen Leveln. Noch nicht alle 10er-Coins, aber alle Wundersamen, die das Spiel zu bieten hat, haben wir dann. Oh mein Gott, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Das war der letzte. Das war der letzte. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Wundersamen auf der Röhrenfelswiese gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Du hast alle Wundersamen gefunden. Zur Belohnung erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon zwei. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine dritte Medaille geben, wenn man alle Blumenmünzen hat. Es wird eine vierte Medaille geben, wenn man alle Aussteller hat. Und es wird eine fünfte geben, wenn man alle Abzeichen hat. Wie kann es sein, dass wir alles fertig haben, aber uns noch so viele Abzeichen fehlen? Wie kommen wir an die Abzeichen? Suche nach dem passenden Abzeichentest oder in einem Laden. Gibt es dann doch noch versteckte Level mit Abzeichen, die wir noch nicht gemacht haben? Muss dann ja eigentlich. Und alleine, wenn die hier schon so besonders sind und hier auch einer, dann wird es bestimmt sechs von diesen besonderen geben, von den Experten Abzeichen. Und hier gibt es noch zwei von den blauen. Aber hier oben sehen wir jetzt erst mal noch mal Captain Toad. so viel Rauch. Was für ein Ort, um jemandem zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe gehört, dass es in der Nähe irgendwo Schätze geben soll und plötzlich fand ich mich hier wieder. Was meint ihr? Wohnt auf den Inseln überhaupt jemand? Und was ist das für ein komischer Rauch? Ach ja, ich habe 50 Blumenmünzen gefunden. Ihr könnt sie gerne haben. Irgendwo werdet ihr schon eine Verwendung für sie finden. So, dann bis später mal. Süß. Ja, ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen baff, wenn ich drüber nachdenke, dass uns Abzeichen fehlen. Weil dadurch, dass wir alle Wundersamen haben, haben wir ja auch alle Level gemacht. Hier sind die ganzen Abzeichentests. Wir haben beim Schwebehochsprung 2 nicht die Flagpole bekommen und keinen Haken. Warum nicht? Haben wir den Schwebehochsprung als Abzeichen? Ja. Daran kann es doch nicht liegen. Öffnen sich nochmal andere und neue Level? Aber wo? Tja. Ja, das kann natürlich sein. Ich überlege jetzt gerade. Es kann natürlich Secret Exits geben, die dann zu keinem Level führen, was Samen gibt. Aber was uns ähm neue Abzeichen freischaltet. Also neue Level, wo man halt nur Abzeichen bekommen kann. Das kann es noch gut geben. Alleine hier dieses eine Level, wo ich dachte, dass es da noch links hoch geht. Das da. Aber da gibt es anscheinend keinen zweiten Exit. Ja, Freunde. Falls ihr mehr wisst, schreibt es gerne in den Kommentaren. Aber hiermit haben wir jetzt erstmal alle Wundersamen gesammelt und auch die Spezialwelt abgeschlossen, was ich schon ziemlich stark finde. Also wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem finalen Part, wo wir dann alles nochmal eingesammelt haben, wieder. Bis dahin, euer Brain. Tschüss.